Nee, Entschuldigung Link. Ja. Perfekt. Unser neues Schätzchen. Was haben wir hier? Yay. Rubine. Ah ja. Auf nach Norden. Es gibt echt noch viel zu entdecken, Leute. Die Seekarte ist riesig. Und ich sehe da vorne schon die nächste kleine Insel. Und unser Ziel heißt dann letztlich natürlich Portemonnaie. Wow, gleich zwei Kampfschiffe. Ach du Schande. Schnell weg hier. Wir wollen nur zur Insel und zum Fisch. Und hierfür braucht man doch definitiv Sprengpfeile, oder? Bekommen wir noch einen Bogen? Oh, du müsstest das zerbomben lassen von Gegnern. Aber das kann ich mir ja nicht vorstellen. Lieber Fisch. Futter, Futter. Hey Jungschen, ich weiß Bescheid. Einmal die Karte bitte. Aber hier kommt man so glaube ich erst mal gar nicht weiter. Wie lange es wohl schon her sein muss, dass das Feuer des Leuchtturms von Portemonnaie erloschen ist. Die Lichtkegel des Turms sind nachts wirklich ein absolut unüberwältigender Anblick. Den habe ich mir damals des Öfteren zusammen mit Lilian angegönnt. Man müsste nur ein entsprechendes Projektil verwenden, um sein Signalfeuer wieder zu entfachen. Dann kehren die alten seligen Zeiten vielleicht wieder. Naja, aber das ist nur meine Theorie. Doch Fische haben in der Regel ziemlich Ahnung, also merkt ihr meine Worte gut. Das wäre es von mir. Mehr Futter, mehr Informationen. Tschö. Das Feuer von Portemonnaie, also. Merken wir uns. Wir können auch jetzt übrigens, ähm, das Riesenrad von Portemonnaie wieder antreiben. Wir können jetzt den Wind manipulieren. Und auf nach Osten. Ja, ich studiere gerade unsere Schatzkarten. Also das wird auch eine Menge Arbeit, die Schatzkarten mit der Seekarte abzugleichen und dann die Schätze zu heben. Auch das würde ich gerne irgendwann mal gesondert einschieben. Vielleicht, wenn wir jetzt hier in der letzten Gegenstadt noch gefunden haben, also Jabot gefunden haben. Danach können wir gerne mal ein paar Schätze heben. Kein Hei, bitte. Wow. War das gut oder schlecht, den anzuspringen? Das ist aber auch ein Wetter hier, oder? Wow. Schöner Turm. Und einmal leckeres Fischfutter. Na? Seekarte, bitte. Immer andere Fische. Alle kennen uns. Tingels Insel, natürlich. Unser kleiner, äh, ja, Feenfreund. Auf dieser Insel lebt ein Kerl namens Tingel. Der hat zwar seine besten Jahre auch schon länger hinter sich, zwängt sich aber trotzdem nur zu gern in Knaben-Mode. Allerdings soll er der Beste sein, wenn's um das Entschlüsseln von geheimnisvollen alten Karten geht. Ich denke, das beweist mal wieder, dass man Leute nicht voreilig nach ihrem Aussehen beurteilen sollte. Was? Allerdings hab ich gehört, sein kostbarster Dienst lässt sich der Gute auch ordentlich entlohnen. Da kennt er nichts. Wenn du also eher zu den Unbebuchten gehörst, kannst du dir das mit den Karten wohl gleich wieder abschminken. Das wär's von mir. Neues Essen, neue Informationen. Tschö. Tingels Insel. Oh, ich seh schon. Ja, sehr unauffällig. Würde ich niemals drauf kommen, dass hier Tingel lebt. Guten Abend, ich habe Post für Sie. Der erste Brief. Wenn du ein echter Ritter werden willst, dann sammle die Ritterwappen. Auf, dass du heil zurückkommst. Vater Orca. 20 Rubine. Mensch, ich brauch keine Rubine. Ich hab genug davon. Bündnis Steine. Bündnis Steine unten. End Schnee. Zum nördlichen Feen-Kordial von hier aus nach Norden und nochmal nach Norden. Okay. Okay. Irgendwie interessant. Na gut, wir gehen mal hoch. So aus dem guten Tingel. Den haben wir ja schließlich aus dem Gefängnis befreit. Ich erwarte eine große Belohnung. Was? Äh, du bist doch der, der die Tingelflasche benutzt, oder? Oh. Nein, schon in Ordnung. Wenn du sie nicht benutzt, sicherlich hast du deine Gründe. Der bricht hier bitte nicht den Kopf darüber. Nein, wirklich. Ist allerdings sehr praktisch, die Tingelflasche. Aber schon okay. Bloß keine Umstände. Aruk und Hepp. Und Hepp und Hepp. Puh, ist das schwer. Ich vertraue dir jetzt mal was an, ja? Die haben in Wirklichkeit noch einen Bruder. Es wäre herrlich, wenn der das hier anstelle meiner drehen könnte. Aruk und Hepp. Äh, Tingel, sind das doch seine Brüder? Herr Vieh, ich hab dich vermisst. Was wollen wir wohl spielen? Was wollen wir wohl spielen? Hä? Du willst gar nicht spielen. Bring mir das nächste Mal eine verschüsselte Karte mit. Ich zerbreche mir ja so gerne den Kopf über sowas. Bis dann, Herr Fee. Ich hoffe, du besuchst unseren Tingelturm bald mal wieder. Er dreht sich durch den Einsatz von ganz toller Magie. Das sehe ich. Bis dann. Soll ich lachen oder weinen? Ihr entscheidet. Ich tendiere momentan leider eher Richtung weinen. Ein Herz vielleicht. Der Tingelturm. Was soll ich dazu jetzt sagen? Was soll ich dazu sagen? Auf nach Westen, sage ich nur. Äh, nach Osten, Entschuldigung. Okay, Port Monedic übrigens gleich nördlich von hier. Dass sich der gute Jabot in Präludien auffällt, ist aber auch sehr gefährlich, oder? Ihr habt gesehen, was sie mit den Inseln anstellen, auf denen er sich befinden könnte. Der Hüter des Wassers. Also, Präludien ist meiner Meinung nach auch in Gefahr. Das Präludien übrigens. Glaub ich. Ja, wir nehmen Schaden durch das Gegenspringen, auf jeden Fall. Wir können bald auch neues Futter kaufen. Und da ist unser Fisch. Ja, ja. Die guten Fische. Alle leicht bestechlich. Hey, Jüngchen. Ich weiß Bescheid über die Region. Einmal die Karte und ich zeichne sie auf. Was haben wir hier? Nördliche Triangelinsel. Es kursieren Geschichten, dass es in der Schule von Portemonnaie eine bezaubernde, schöne Lehrerin geben soll. Allerdings macht ihr wohl eine Viererbande von vorlauten Rotzlöfen das Leben ganz schwer. Diese Strollschie hacken den ganzen Tag irgendwelche Streiche aus und klettern zum Beispiel auf Bäume oder verstecken sich hinter Gebäuden. Eine ordentliche Standpauke brauchen die mal. Schließlich kann einem die arme Lehrerin doch nur leid tun. Das wär's von mir. Neue Information bei neuem Futter. Bis dann. Ja, okay. Hat gern wir ja schon. Ach, seht mal hier. Eine weitere dieser Götzen. Umher, Irinner, der du einen Wegweiser zu den Göttinnen suchst. Bring den Dämon zu mir. Du hast Dins, Dämon, in die Hände des Steingötzen gelegt. Bleibt noch einer. Okay, bis zum nächsten Mal werde ich euch einige Informationen liefern, was es mit diesen Dämonen genau auf sich hat, okay? Es sind auf jeden Fall Artefakte der Göttlichen, ihr habt es ja gesehen, die uns einen Weg zu der Göttlichen eröffnen, um uns dann zu rüsten, um gegen Ganon bestehen zu können und dann letztlich natürlich die Welt zu retten. Darum geht es ja. Ja. So. Ich würde sagen, wir segeln noch eine Insel weiter in diese Richtung und werden uns dann aufmachen Richtung Portemonnaie. Okay, das ist dort vorne. Das ist definitiv nur ein kleiner Schatz. Viele Gegner unterwegs, oder? Gefällt mir gar nicht. Wow. Böser Fisch. Böser Fisch. Wow, es war knapp. Ich habe gesagt, böser Fisch. Wow. Okay. Hier haben wir eine weitere Muschelinsel. Auch hier können wir also erstmal nichts machen. Hey. Einmal die Seekarte, bitte. Östliches Feen-Kordial. Okay, dafür sind glaube ich diese Feen-Gebäude. In Portemonnaie gibt es eine Auktion. Und zwar immer nachts. Da versammeln sich doch glatt irgendwelche dekadenten Snobs in der Villa dieses Reichen und Verlustierenden, die sich die ganze Nacht beim Geld verprasseln. Bei einer Auktion braucht man jedenfalls vor allem zwei Tugenden, Geduld und Entschlossenheit. Unter den Exponaten sollen sich auch solche Kostbarkeiten wie ein Segel befinden, das Bote unglaublich schnell fahren lässt. Vielleicht wäre es was für dich, Jüngchen. Das wäre es so weit von mir. Falls du die Information nochmal hören möchtest, mehr Futter bitte. Okay, auf Wiedersehen. Okay, wir müssen zur Auktion. Da bekommen wir ein neues Segel. Gute Information. Auch hier sieht man wieder deutlich, wir bekommen auf jeden Fall noch irgendeine Art von Sprengpfeil oder sowas. Lange nicht mehr gesehen, werter Freund. Wie ist es hier ergangen? Was? Die tartopischen Bäume, die meine Freunde gepflanzt haben, sind auch verdorrt. Das hatte ich befürchtet. Wie du sehen kannst, ist es meinem Baum auch nicht besser ergangen. Am Anfang wollte ich es ja nicht so recht glauben, aber nun stellen Sie es immer wahrscheinlicher, dass auch hinter dieser Sache jener Ganon steckt, nicht wahr? In dem Fall steht eines fest. Dieser Baum ist nur noch mit Hilfe von Tantopischem Wasser zu retten. Werter Freund, bitte bring mir Wasser aus dem Wald Tantopians und beträufle damit diesen Tantopischen Baum. Ich bitte dich wirklich inständig. Ja, gerne, aber das wäre von hier sehr, sehr aufwendig, von hier aus. Da müssen wir spät einfach nochmal eine große Rundfahrtour unternehmen und dann alle Bäume ablappern. So. Von hier aus müssten wir dann jetzt nach Norden. Ja, kein Problem. Machen wir. Okay, das da rechts ist Draconia, sehe ich gerade. Macht doch Sinn. So, da links haben wir... Oh, wieder ein Hai. Aus. Und da ist Portemonnaie. Ich würde eigentlich ganz gerne noch die Auktion besuchen, muss ich sagen. Ah, okay, wir bekommen so oder so Schaden. Böse Hai. Böse Hai. Was ist das denn? Das sieht immer sehr interessant aus. Nach Draconia von hier aus nach Osten. Wie komme ich da denn hin? Nee. Okay, auch dafür brauchen wir wahrscheinlich einen weiteren Gegenstand. Ich habe keine Ahnung. Ich sage, es ist alles noch recht komplex, weil ich echt nicht weiß, was wir noch bekommen, vor allen Dingen. Ja. Ja, Junge. Bist du auch fleißig auf Schatzsuche? Willst du einen Schatz finden, sollst du erstmal deine Schatzkarte ansehen. Abgleichen und ab geht's dafür. Greif wagen in die Tiefe und du findest den Schatz. Ah, wohlan denn? Hi. Brückte Leute gibt's, ne? Okay, einmal bitte ein paar Informationen über die Karte hier. So. Hey Jüngchen. Du weißt Bescheid über die Region. Bitte mal deine Karte. Ich kann ganz geschmeidig mit dem Pinsel wedeln. Hapseninsel. Ach so. Macht Sinn, ne? Jungchen, weißt du, was Schleim ist? Ja, ich weiß. Klingt nicht gerade sehr angenehm. Es handelt sich dabei um eklig, glibbrige Monster, die einen anspringen, wenn man sich ihnen zu sehr nähert. Auf der Insel, da tummeln sie sich zuhauf. Kannst dir mal einen Abstecher hinmachen, wenn die nach einer kleinen Expedition ins Untierreich ist. Da fällt mir ein, dieses Elixierbrauer aus Portemonnaie. Okay, treibt sich da ab und war an rum. Ich frage mich, was er dort eigentlich sucht. Das wär's soweit von mir. Falls du die Informationen noch einmal hören möchtest, brauche ich mehr Futter dafür. Also, bis dann. Da ist der Elixierbrauer manchmal. Das ist natürlich sehr interessant. So, und auf nach Portemonnaie. Also, die Karte macht Fortschritte. Langsam, aber sicher. Und Präludien ist definitiv in Gefahr. Joa, ich hab grad mal die Seekarten durchgesehen. Ach, Portemonnaie. Eine tolle Insel. Und seht mal da. Genau wie dieser Orni gesagt hat, liegt das Piratenschiff an einem Platz vor Anker, an dem es nicht gleich jeder sieht. Ich habe zwar keine Ahnung, wonach sie suchen, aber wenn es sich um einen Schatz oder etwas ähnliches handelt, und die Vermutung liegt bei ihrem Beruf ja durchaus auf der Hand, dann werden sie dir ohnehin keine vernünftige Antwort geben, wenn du sie danach fragst. Link, versuche irgendwie herauszufinden, was sie vorhaben. Und zwar ohne, dass sie davon etwas mitbekommen. Was ist, bringt schnell eine Erfahrung, was die Piraten vorhaben. Ah ja, also versteckt ist das Schiff jetzt nicht gerade. Wir sind zurück auf Portemonnaie, aber irgendwie ist ja eine ziemlich trostlose Stimmung. Und betrostlos meine ich leer. Oh, wer ist das denn? Ähm, hier war das Auktionshaus, oder? Ich würde gerne, äh, tatsächlich... Keine Auktionen? Heute Nacht scheint es wohl keine Auktionen zu geben, aber das braucht einen ja bei diesem Sturm nicht zu wundern. Ja, das stimmt, der Sturm ist wirklich merkwürdig. Kann ich verstehen. Es ist so knuffig gemacht von der Grafik her, ich liebe diesen Grafikstil. Was ganz, ganz anderes als Twilight Princess, aber er ist wirklich so gut umgesetzt. Ich habe da vorhin ein paar merkwürdige Gestalten getroffen. Die habe ich hier noch nie zuvor gesehen. Sie waren auf dem Weg zum Bombenladen. Wer waren die bloß? Ich weiß genau, was wir machen müssen. Ganz einfach. Versteht ihr? Ja, der Eingang übers Dach, den wir schon gefunden haben, ist nicht umsonst da. Die Piraten sind also hier im Bombenladen. Wollen die den Durchgang echt aufsprengen? Um nach Jabo zu kommen. Oder Jabo. Das wird spannend. Ich bin gespannt. Näh. Nun nimmt man dich persönlich. Um an den Schatz heranzukommen, brauchen wir nun mal Bomben. Kapiert? Naja. Kannst es aber auch als gerechte Strafe für deine üble Halsabschneiderei ansehen. Kromme Geschäfte mit Piraten machen wollen, mein Lieber. Da brauchst du dich gar nicht so zu wenden. Genau. Aber alle Achtung, dass du diesem eingebildeten Pest... äh... Postvogel diese Information entlocken konntest. Äh, hä? Ach das. Schon als ich diesen kleinen Link, oder wie der heißt, das erste Mal sah, da war mir klar, dass auf Präludien irgendwas versteckt sein muss. Deswegen tat ich auch so, als wäre ich mächtig besorgt und den Bengel, als wir dem Postbot begegnet sind. Tja. Und da hat er dann eben gezwitschert wie eine Nachtigall. Einfach vermoß, Gonzo. Zumindest was das anbelangt, hast du echt ein Gespür fürs Detail. Gerade eben, da hätte ich eigentlich mit einer anderen Stimme sprechen müssen. Also gerade eben die Erklärung mit dem Entlocken und sowas hat Gonzo rechts gesagt. Naja. Äh, man könnte aber auch sagen, du bist ganz und gar durchtrieben. Hm. Wenn du mit all deiner Durchtriebenheit und... Käpt'n Terra mit all ihrer Schleue... Schleue? Okay. ...einander heiraten würdet, dann wärt ihr zwei das dynamischste Duo und wir alle zusammen die glorreichen Sieben der Weltmeere. Keine Anekdote. Wir können die größten Piraten aller Zeiten werden. Äh, äh... Laberkopf, ich werd ja noch ganz rot bei dem Gedanken. Red keinen solchen Unsinn. Hast du gehört? Äh, Käpt'n Tetra, was sagst du dazu? Über den Witz kann ich nur müde lächeln. Und jetzt hört endlich auf, hier Faxen zu machen und ladet die Bomben ein. Sobald sie auf dem Schiff sind, setzen wir kurz auf Präludien. Äh, was ist das dein Ernst, Käpt'n? Aber wir waren doch schon so lang in keiner Stadt mehr. Warum schlagen wir uns heute nicht ordentlich den Bauch voll und fahre erst morgen früh los? Komm schon! Also, mir wär's ja recht. Ich stimme dir natürlich immer zu, Käpt'n. Aber die anderen haben sich schon so darauf gefreut und es bricht mir das Herz, hier enttäuschen zu müssen, weißt du? Komm schon, lass uns erst morgen früh auslaufen, na? Was sagst du? Der Schatz läuft uns schon nicht davon. Ich sprech doch für euch, wenn ich das sage, oder Männer? Für euch ist wohl wirklich Hopf und Malz verloren, was? Ihr habt doch auch diese verwüstete Insel gesehen, oder etwa nicht? Wenn wir uns nicht beeilen, dann wird Präludien noch das gleiche Schicksal ereilen. Nanu? Irgendwie klingt das ja beinahe so, als wärt ihr mehr am Wohl dieser Insel gelegen, als an dem Schatz, Käpt'n. Was sind das für Unterstellungen? An diesem schnöden Eiland interessiert mich natürlich nur der... Schatz. Also, meinetwegen, wir fahren erst morgen früh zu dieser Insel. Aber wenn ich morgen früh sage, dann meine ich auch morgen früh, wie einer von euch verschläft. Ei, ei, Käpt'n! Ach, Käpt'n. Wie lautet gleich nochmal die heutige Parole? Hast du das etwa schon wieder vergessen, Marco? Du bist echt die Höhe, Mann. Die heutige Parole lautet Schlund. Wenn du ihm nicht richtig antwortest, dann lässt sich Nico draußen versauern. Er lässt bei so etwas nämlich nicht mit sich reden. Da ist er stur wie ein Bock. Also, noch einmal zum Mitschreiben. Die heutige Parole lautet Schlund. Klar. Schlund, genau. Wenn ich noch einmal Schlund sagen, ne? Jetzt könnten wir ihn befreien und zum Held werden. Oder eben auch nicht. Der verbomben mitnehmen. Ja, recht haben sie ja, ne? Seine Preise waren ja schon sehr, 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 äh, ja, kreativ. Na gut, es geht also gemeinsam mit Käpt'n Tetra nach Präludien. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon drauf. Ihr habt gesehen, sie hat uns gesehen und sie weiß Bescheid. War aber klar. Sie ist ja auf unserer Seite. Und natürlich möchte ich auch sie, dass sowohl Präludien als auch unsere Schwester am Leben bleiben und das nicht alles zerstört wird. Ey, Bötchen. Ach, was ist, Link? Hast du etwa die Losung vergessen? Die Losung lau... Wenn ich noch einmal diese blöde Losung Schlund höre, ne? Dann, dann werde ich zum Schlund. So. Einmal ein bisschen shoppen. Und beim nächsten Mal geht's dann auf nach... Was ist denn hier los? Ausverkauf oder was? Hier rein spaziert. Kaufen, verkaufen. Liegt an dir. Ja. Wie immer, gib mal ja damit. Hat der denn keine Brutbrutfrüchte mehr. Beteuchst mich. Ah, die 30 Punkte kriegen wir zusammen. Auf jeden Fall. Gibt doch genug Inseln, die wir entdecken müssen. So. Auf Wiedersehen. Tschö. Scheiter Kerl, oder? Okay. So. Also, Leute. Wir sind zurück auf Portemonnaie. Und werden beim nächsten Mal dann, wie bereits gesagt, das Piratenschiff betreten. Ich freue mich schon. Ja. Der geknebelte Bombenverkäufer bleibt geknebelt, bis er verhungert und elendig stirbt. Und wir werden gemeinsam mit der Piratencrew, ich schätze mal, ich schätze mal, undercover nach Präludien segeln. Das wird ein Spaß. Na gut. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Freue mich noch das nächste Mal mit The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Und langsam nimmt es Würze an, oder? Wir haben zwei dieser komischen Artefakte zu den Götzen gebracht. Es fehlt noch ein drittes und das führt uns nach Präludien. Was also umso interessanter wird. Wir könnten natürlich auch beim nächsten Mal zunächst noch einmal, äh, ja, ein bisschen hier durch die Gegend streifen. Und vielleicht mal versuchen, wobei, beim Gewitter kann man ja eh nicht viel tun. Aber wir können auch mal... Ja, wobei auch das macht nicht viel Sinn, oder? Das Riesenrad anzuschmeißen. Ich würde gerne erst mit dem Piratenschiff weitermachen, da der Sturm wirklich furchtbar ist. Und ganz kurz, ihr wisst ja, wir retten Jabot, den Hüter des Wassers. Vielleicht ja daher der dauernde Regen. Wird schon irgendwie Sinn machen. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und freue mich, wenn es weitergeht mit The Legend of Zelda The Wind Waker. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.